Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dock Weingart Produktvideo. Heute möchte ich mich dem Dock Active Drink und dem Dock Elementar zungelten und anhand eines Tages im Leben eines Leistungssportes aufzeigen, wozu diese Produkte im Stande sind, den Alltag zu erleichtern, sei es im Training oder in der Regenerationsphase. Wann verwende ich nun also die Produkte von Dock Weingart? Der Tag eines Leistungssportlers beginnt morgens mit der ersten Trainingssession. Ich steige also vor der Arbeit aufs Rad, spule meine Kilometer herunter, dann beginnt mein normaler Arbeitstag, wie von jedem anderen auch. Danach geht es weiter mit der Trainingssession Nummer 2 und zu guter Letzt abends Trainingssession Nummer 3. Nun, wir müssen aber allerdings auch daran denken, irgendwann kommt mal ein Mittagstief. Dafür gibt es nun also den Dock Active Drink. Und wir betonen Active Drink und nicht Energy Drink. Denn in unserem Active Drink befindet sich keinerlei industriell gefertigter Zucker, lediglich fruchtsaftige Standteile und Vitamine. Dieser hilft mir also nun, zwischen den Trainingseinheiten etwas im Körper zu aktivieren und so zu neuer Energie zu kommen. Nach dem Training empfehlen wir das Dock Elementar. Denn die Muskeln müssen sich wieder regenerieren können. Dies geschieht durch spezielle Eiweißbausteine im Dock Elementar. Das Dock Elementar ist aber allerdings auch für Leute geeignet, die etwas Immunschwäche haben. Denn hier setzt das Dock Elementar gezielt an. Natürlich ist das Beispiel in den Leistungssportlern nur ein Punkt. Jeder andere kann unsere Produkte auch konsumieren. Denn dieses Mittagstief, das kennt nur jeder hervor. Jetzt, wo ihr über alles Bescheid wisst und wisst, wofür man den Dock Active Drink und das Dock Elementar verwenden kann, würde ich sagen, es ist an der Zeit, einen Schluck dieses herrlichen Produktes zu genießen. Wohlbekommens. Das war Fristen dieser Dock Active Drink. Ihr habt nun also zwei weitere unsere Produkte kennengelernt. Zum einen den Dock Active Drink und zum anderen das Dock Elementar. Wenn ihr nun also weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen möchtet, einfach unter www.dock-weingart.de nachschauen. Dort könnt ihr im Dock Shop auch direkt unsere Produkte bestellen. So, nach getaner Arbeit, würde ich sagen, habe ich mir jetzt eine kleine Training Session verdient. Meint ihr nicht auch? Euer Adrian Janker inquisieren, Bis zum nächsten Mal.